Wir haben heute in der Schule einfach iPads bekommen und ich verstehe noch nicht mal warum, wir mussten nichts zahlen oder so, aber ich hab bereits ein iPad, was einfach so blöd ist, aber ich darf mein altes iPad jetzt nicht mehr in der Schule verwenden. Also bitte, was ist bitte schon der Sinn bei diesen iPads? Auf jeden Fall ist das glaube ich die normale Version und ich persönlich hab ein iPad Air hier nochmal zum Vergleich. Und es ist halt auch so, dass alles kontrolliert wird, was wir auf dem Schul-iPad machen, also wir können da keine Spiele spielen oder so, beziehungsweise auch gar keine Apps runterladen. Dazu haben wir auch noch eine Hülle bekommen, was ich auch sehr cool fand, dass wir das nicht bezahlen mussten, wir mussten gar nichts bezahlen, die verlangen nur von uns, dass wir einen Stift kaufen und den sollen wir dann irgendwie doch bezahlen. Also, will mir mal vielleicht jemand erklären, was der Sinn ist, vor allem ich hatte einfach schon ein iPad und ich würde das gerne weiter benutzen, darf ich aber nicht.